Guten Tag meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen bei der Neuen Mitte. Heute ist Samstag, der 21. September, 10.30 Uhr. Jetzt ist es raus, der neue amerikanische Unsicherheitsberater. Der vierte ist Robert O'Brien, das ist der ehemalige Sonderunterhändler der Trump-Regierung für Geiselfragen. Und der hat offenbar dem amerikanischen Präsidenten stark geschmeichelt und er ist ein absoluter Gesinnungsgenosse des gefeuerten John Bolton. Mit anderen Worten, harte Zeiten stehen der Welt bevor, die Kriegsdrohung wächst, das ist auch keine Frage. Zunächst einmal schicken nach den Drohnenangriffen auf die beiden saudischen Ölförderanlagen die USA ein paar hundert weitere Soldaten nach Saudi-Arabien, nachdem sie im Juni schon 2000 zusätzliche Soldaten in die Region entsandt hatten. Und davon 500 nach Saudi-Arabien. Da geht es auch um die Luftverteidigung, die aufgestockt werden soll, keine Frage. Dass also die Saudis sich gegen diese Drohnenangriffe nicht wehren konnten, trotz der größten Waffendeals der Menschheitsgeschichte, das ist schon ein Faszinosum. Natürlich habe ich zu dem Thema heute wieder ein, kann man fast sagen, natürlich ein Interview mit dem iranischen Rundfunk gehabt, mit Pass Today, das kommt heute Abend raus. Da haben wir viele Hintergründe beleuchtet, deswegen werde ich mich hier wieder etwas kürzer fassen. Jedenfalls ist eindeutig klar, Trump hat mit diesem neuen Sicherheitsberater etwas mehr Freiheiten und das bedeutet für ihn etwas mehr Freiheiten, um seine Wahlkampfgestaltung richtig zu organisieren. Das ist für Trump sehr wichtig, dass er die Welt mit ständigem Hin und Her in Atem hält und alle haben das Gefühl, dass alle nur zitternd warten, was Trump jetzt wieder entscheidet. Und das möchte er dem amerikanischen Wähler als Erfolg vorführen, dieses sagenhafte Hin und Her. Und Gezerre und tatsächlich herrschte Washington die pure Unvernunft. Jedenfalls fragt sich die New York Times nach der Qualifikation dieses Mannes, der gar in der Politik als Gründer einer Anwaltskanzlei nicht so richtig erfahren ist. Und da seine Hauptarbeit, die von Robert O'Brien im neuen Sicherheitsberater, darin liegt, dass er verschiedene Institutionen der USA, Nachrichtendienste, militärische und andere zusammenführen muss und muss deren Kontakt untereinander verbessern durch Teilnahmen, Konferenzen und so weiter, ist jetzt eigentlich sonnenklar. Das wird schwierig werden für diesen Mann, der muss eine Menge dazulernen. Entsprechend gespannt ist er auch aufgetreten. Aber er wird im Wesentlichen tun, was Trump will. Und das ist ja Trumps wichtigster Punkt. Bolton hat zu oft widersprochen, hat den ganzen Laden durcheinander gebracht und heiß gefahren. Und es gab ja auch einen Moment, da hat Trump mal selber gewitzelt, wenn er gemacht hätte, was Bolton sagte, dann seien die USA jetzt in vier Kriege verwickelt. Und wir müssen sagen, in vier zusätzliche Kriege, zusätzlich zu denen, die die USA weltweit ja jetzt schon verwickelt sind. Das ist wirklich faszinierend. Jedenfalls ist ein blendender Kontakt zum Außenminister Pompeo vorhanden. Robert O'Brien stand auf der Wunschliste von Pompeo, dem jetzigen Außenminister und früheren CIA-Chef. Das will auch schon etwas heißen. Und man sagt eben, er habe keine eigene oder fremde Agenda der Robert O'Brien im Gegensatz zu Bolton. Bolton hatte eine Hardliner-Agenda und das war nicht die von Trump. Jedenfalls hat Trump sofort Sanktionen angeordnet. Inzwischen ist auch klar, was das ist. Es sind Sanktionen gegen die iranische Zentralbank. Das ist deshalb spannend, weil die Europäer, wenn sie mit denen zum Beispiel über Instex und andere Maßnahmen verhandeln wollen, und die laufen da zufällig an einem iranischen Zentralbanker vorbei, wären wir theoretisch schon Opfer amerikanischer Sanktionen. Ob das dann so hart gefahren wird, glaube ich nicht. Aber im Grunde ist es eben vollkommen absurd, wie staatliche Institutionen des Iran bis hin zum Außenminister mit persönlichen Sanktionen, notfalls auch, überzogen werden. Selbstverständlich alles illegal, weil ohne Rückendeckung des UN-Sicherheitsrates. Washington jedenfalls beschäftigt sich wie ein weltweiter Cowboy. Und das hilft der Politik überhaupt nicht. Er hat so eine Art, Washington hat so eine Art politisches Tourette-Syndrom, glaube ich manchmal. Das ist einfach nur noch verrückt, was von da kommt. Und Netanyahu hat eine Annexionsdrohung im Wahlkampf geäußert. Und das ist offenbar der Stil, wie das jetzt weitergeht. Jedenfalls haben bisher Israel und Washington wie eine Art Horror-Duo gehandelt. Und da kann ich nur sagen, wir brauchen weder in der Welt noch in Deutschland kriegsgeile Amerikaner. Also Amis raus ist vielleicht die richtige Antwort auf so etwas. Denn wenn die USA in einen Krieg einsteigen, dann wird der auch von Rammstein ausgeführt, luftwaffenmäßig und von dort aus werden die Drohnen gesteuert. Und wir haben die vier großen amerikanischen Büros hier in Deutschland, die 124 Länder bestreichen mit militärischen Aktionen und deren Planung. Das ist alles vollkommen untragbar. Und radikale Zionisten können wir hier in Deutschland übrigens auch nicht gebrauchen, aber Juden, davon hätten wir gerne mehr, wenn sie friedlich sind. Das ist eben auch sehr wichtig, denn wir wollen ja zum Schutz von Juden beitragen, nicht wahr? Und wir wollen verhindern, dass Zionisten den Globus anzünden. Das ist auch eine wichtige Sache, abgesehen von den furchtbaren Unrechtshandlungen die ganze Zeit in Palästina. Jedenfalls hat Saudi-Arabien eine riesen Trümmerschau veranstaltet und hat da also alle möglichen gesammelten Metallteile und Drohnenteile vorgeführt. Und jetzt sagt man, die kommen also aus dem Iran, also ist der Iran schuld. Das ist einfach Bullshit. Man wird ja auch nicht tatsächlich irgendwo Teile amerikanischer Waffen aufsammeln und sagen, Washington ist schuld. Also wenn ein Waffenproduzent schuld wäre für alle Taten, die mit seinen Waffen angezettelt wären, dann dürften die USA überhaupt keine Außenpolitik mehr betreiben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, ich bin ja selbst Augenzeuge, wie die CIA tonnenweise Waffen, Kalaschnikows, russische Waffen, nach Pakistan transportiert hat und hat damals in den 80er Jahren die afghanischen Mujahedin damit ausgerüstet. Und da war ja dann wohl auch vermutlich nicht Moskau schuld an dem, was die dann angezettelt haben. Also könnte man mit gleichem Fug und Recht sagen, warum beschuldigt eigentlich niemand die CIA? Denn der Iran hat wirklich nicht nur eine mehrhundertjährige Friedenspolitik-Tradition, anders als die USA. Die haben das Gegenteil, nämlich eine mehrhundertjährige Kriegspolitik-Tradition. Und der Iran hat null Interesse an einer Verschärfung der Lage jetzt gerade in der Region, aber die CIA sehr viel. Denn plötzlich kaufen ja die Saudis wieder Waffen und akzeptieren amerikanische Soldaten auf ihrem Grund und Boden. Das sind doch alles sehr interessante Entwicklungen. Und die CIA hat damals die Mujahedin, mit denen ich ja in den Krieg gezogen bin, mit Gewehr abgefeuerten Granaten ausgerüstet und eben mit solchen Kalashnikovs, verschiedene Typen. Und der ganze Krieg lief im Grunde zu Anfang los mit solchen Waffen sowjetischen Ursprungs oder auch chinesischen Ursprungs. Und da hat auch niemand anschließend Peking oder Moskau beschuldigt. Vollkommen verrückt ist sowas. Und was vielleicht auch im Westen nicht bedacht wird, aber durch ein Interview mit dem Chef der Luftwaffe, der Revolutionsgarten im Iran herausgekommen ist, Schiffe bis zu einer Entfernung von 2000 Kilometer vom Iran können ihres Lebens nicht sicher sein. Die Amis tun so, als können sie da überall rumschippern mit ein paar hundert Kilometern Abstand zum Iran. Das ist Schwachsinn. Die iranischen Raketen reichen viel weiter. Und alle diese Schiffe werden versenkt werden, wenn es zum großen Knall kommt. Also das sollte sich Washington gut überlegen, ob diese Zündelpolitik irgendwas bringt. Hunde, die Bällen beißen nicht, sagt man. Und wenn das der amerikanische Ruf ist, dann ist allerdings die Sicherheit der NATO perdu. Wegen Unglaubwürdigkeit. Dann gibt es eine Ukraine-Affäre, die Trump jetzt am Bein hat. Durch einen Whistleblower, den er angeblich nicht kennt. Er soll in einem Telefonat mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj achtmal diesen Mann aufgefordert haben. Mit dem Trump-Anwalt, also Trump persönlich, hat seinen Anwalt Giuliani als Gesprächspartner für den ukrainischen Präsidenten empfohlen. Das kann man vielleicht unter Freunden mal machen. Ich würde das nie am Telefon tun. So gar nicht als Trump. Und da geht es eigentlich darum, dass ab 2014 der damalige Sohn des damaligen, nein, der tatsächliche Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, Hunter Biden, für ein ukrainisches Energieunternehmen tätig wurde. Und das ist natürlich krasse Korruption. Keine Frage. Ich habe darüber auch berichtet. Wir haben darüber gesprochen. Das ist alles offen am Tag. Die Mainstream-Medien haben berichtet. Ein toller Fall. Und natürlich kann man da schon mal ein bisschen dahinter hergehen, weil Joe Biden möglicherweise der Hauptgegenkandidat Trumps im Wahlkampf des nächsten Jahres wird. Und das ist eine Situation, wo man nur sagen kann, Trump hat offenbar sehr wenig Vertrauen in die staatlichen Ermittlungsstellen seines eigenen Landes der USA nämlich. Denn wie kommt es, dass er sonst seinen Anwalt Giuliani draufsetzt? Das sollten staatliche Stellen tun, die er immerhin als Präsident überwachen kann. Aber das Interessante ist eben auch, dass diese ganze Sache jetzt verwendet wird gegen Trump, wo doch eigentlich der Fall sonnenklar war. Das ist ein ganz mieser korrupter Punkt am Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Eine todsichere Sache. Und die soll Trump jetzt selbst versaut haben. Also ich weiß nicht, was man von diesem ganzen Kram halten soll, aber es wird mal wieder gegen Trump gemünzt. Das ist auch keine Frage. Und da kommt mal wieder die typische Geschichte auf den Tisch. Ist Trump eigentlich einer von den Guten? Also wer jetzt politisch Ahnung hat, das konnte man in den vergangenen Tagen sehen. An den Leuten, die gesagt haben, ja, der hat ja den Bolton gefeuert und jetzt können wir aufatmen. Nein, wer aufgeatmet hat, war offenbar politisch nicht gut informiert. Ich hatte deshalb schon im letzten Aufsager dringend davor gewarnt, in irgendeiner Form an Entwarnung zu glauben. Das Aufatmen war verfrüht, hatte ich gesagt. Und wer aufgeatmet hat, ist eben ein netter Mensch, aber ein politischer Laie. So einfach ist das. Es ist die ständige Erwartung des Weihnachtsmanns. Die Kartelle lassen in den kartellbeherrschten Ländern niemanden Gutes nach oben. Ob der jetzt Trump heißt oder Biden oder Obama oder George W., ist vollkommen wurscht. Wir schauen auf den Öl- und Gasmarkt. Der ist interessant. Und zwar sind die USA durch Fracking ausgerechnet größter Ölproduzent der Welt geworden. Die Kosten sind allerdings erheblich, nämlich 40 bis 70 Dollar pro Barrel. Das heißt, wenn der Ölpreis unter diesen Preis sinkt, dann stehen die USA ein wenig im Regen mit ihrer sagenhaften Mistpolitik in Sachen Ölförderung. Und das ist aber der Fall. Der Ölpreis hat sich gerade durch die jetzige Krise ein bisschen erholt auf 65 Dollar pro Barrel für die Sorte Brent. Und das ist ein bisschen, wie soll man sagen, alarmierend. Denn die saudischen Freunde hätten den Ölpreis gern tatsächlich etwas gesenkt, um den Konkurrenten USA loszuwerden. So geht das eben auch in diesem Geschäft. Und solche Krisen führen dazu, dass der Ölpreis steigt. Das ist Washingtons Interesse. Also hilft man ein bisschen mit, nicht wahr? Also wieder eine Motivation für die CIA, diesen Angriff auf Saudi-Arabien ein bisschen mitzugestalten, nicht wahr? Könnte ja auch sein, dass da ein paar Drohnen von den Jemeniten kommen und ein paar Drohnen, ich will mal sagen, von CIA-Gnaden obendrauf. Und die, die von der CIA kommen, treffen dann eben. Und hier kann man dann wieder Teheran beschuldigen. Jedenfalls haben wir jetzt eine interessante Situation. Es steckt die Finanzmafia hinter den Kriegsplänen. Es steckt die Energiemafia hinter kriegerischen Plänen und die Rüstungsmafia sowieso. Die Medienmafia verdient auch viel besser, wenn es knallt. Und die Pharma-Mafia setzt ihre Produkte stärker ab. Es gibt einfach in der Welt zu wenig Interessenten für den Frieden. Und die Opposition, die friedensbereiten Menschen, die sind deshalb nicht so wirksam, weil sie ganz offensichtlich eine strikte Organisation oder auch nur wie in Deutschland das Gespräch untereinander verweigern. Und so ist das, wenn der Krieg so viele Fürsprecher hat und der Frieden zu wenig vernünftig organisierte Aktivisten, dann gibt es normalerweise Krieg, nicht wahr? Der Iran streitet die Beteiligung an der Drohnenattacke natürlich ab. Die wollen keine Auseinandersetzung in der Region. Ich hatte das gesagt. Und der Luftwaffenchef der Revolutionsgarden, General Haji Zadeh, ist derjenige, dem man zuhören soll, wenn man sich über die Fähigkeiten der Iraner in einem Krieg unterhalten möchte. Und die Flugabwehr-Gretchen-Frage ist ja, wie hältst du es mit dem amerikanischen Patriot-System und dem russischen S-400 oder S-300? Und die Amis geben selbst zu, unsere Raketen funktionieren einfach nicht immer. Das System ist unzuverlässig. Und bei der am Montag stattgefundenen Konferenz in Ankara im Astana-Format, also Russland, Türkei, Iran, kam das Thema zur Sprache und Putin hat sich einen Scherz erlaubt und der iranische Präsident Rouhani drüber gelacht. Da ging es dann um die Frage tatsächlich, wie sieht das denn aus, sollten vielleicht die Saudis das S-300 oder lieber S-400-System kaufen? Und da hat Putin dann so gegrinst und hat gesagt, na, das müssen die schon selber entscheiden. Aber tatsächlich, so die Analysten, das ist ernst. Wenn die Saudis das russische System erwerben wollten, würde Russland es ihnen vermutlich verkaufen. Ist das nicht interessant? Also so geht es eben auch. Und dann kommt der berühmte weltweite Analyst, den ich sehr, sehr schätze, PPS-Kobar, und sagt, hat Trump mit der Aufkündigung des Atomvertrages sein Blatt überreizt? Muss er das zurücknehmen? Und da kann ich nur sagen, nein, das ist eben eine Fehlanalyse, eine ganz seltene bei PPS-Kobar. Es ist nicht an der Frage, ob Trump sein Blatt überreizt hat, sondern es ist ganz einfach die Tatsache, dass jeder amerikanische Präsident den Kartellen und Logenspitzen gehorchen muss. Und Trump muss, wie auch schon vorher Obama und auch davor Bush, an der Kriegsschraube drehen, weil wir unter dem Druck einer platzenden Finanzblase stehen. Damit die Völker nicht auf dumme Gedanken kommen, ob vielleicht unser ganzes System grotesk, korrupt und verrückt ist und wir es ändern müssten, wie auch die neue Mitte glaubt, wie ich glaube. Deswegen macht man dann lieber einen Krieg, nicht wahr, um alle abzulenken. Jedenfalls hat sogar die New York Times geschrieben, in der Drohnenfrage sei nun die Glaubwürdigkeit entscheidend, wenn man politisch Fortschritte machen will. Und das ist tatsächlich wahr und die Glaubwürdigkeit für Washington ist gar nicht da und die bisherige Beweislage lächerlich. Und wenn man dann sagt, wir legen auch noch Funkverkehr vor, wer glaubt das dann? Wer kann das verifizieren? Niemand. Wir befinden uns einfach im ganz banalen Propaganda-Kriegstreiber-Kursus. Das war alles. Und die Behauptung, Jemeniten könnten sowas nicht, die ist eigentlich rassistisch. Das ist grotesk und dumm. Die Mafia will herrschen und verdienen. Darum geht's. Und wenn die Völker sich befreien wollen, müssen sie sich zusammenschließen. Und wenn hier in Deutschland was passieren soll, müssen sie sich eben auch ein paar Mal an einen Tisch setzen, nicht wahr? Dieses Zeit für den Dank an Spender, ein einziger, ich habe es schon mal gesagt, kann die Dinge verändern und das ist jetzt passiert. Das heißt, das Verfahren um meinen Waffenschein ist erst einmal wieder gut abgesichert. Allerdings, jetzt kommen die Reisen. Und da bringt schon eine einzige Reise die Parteikasse der Neuen Mitte an ihre Grenzen. Und deswegen wäre ich jetzt dankbar, wenn Sie das Gewicht der Spenden auf diesen Bereich konzentrieren könnte. Und ganz herzlichen Dank an alle Spender. Vielen Dank, dass Sie mir helfen wollen, mich notfalls mit der Waffe in der Hand selbst zu verteidigen. Spenden Sie bitte an die neue Mitte IBAN DE 731 00 1 0 0 1 0 0 6 0 7 4 3 3 1 2 3. Vergessen Sie nicht den Verwendungszweck Hörstel Sicherheit. Denken Sie daran, dass bei Spenden ab 201 Euro, also oberhalb von 200 Euro, eine Spendenquittung notwendig ist. Diese können wir Ihnen nur zuschicken, wenn Sie im Verwendungszweck auch Ihre Postanschrift eintragen. Danke sehr. Wie weit ist eigentlich die Souveränität Deutschlands eingeschränkt? Das war eine Frage, die das iranische Fernsehen mir in der zu Ende gehenden Woche gestellt hat. Press TV hat mich angerufen und wir haben darüber gesprochen, weil die Times aus London plötzlich erklärt hatte, es gäbe ein geheimes Abkommen zwischen Merkel und Macron, dass also Frankreich Waffen aus Gemeinschaftsfertigung nun an Saudi-Arabien exportieren dürfe. Und siehe da, ich hatte gesagt, ich glaubte, dass tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland nicht in der Lage sei, dauerhaft britische oder französische Gemeinschaftswaffenprojekte zu verhindern. Und tatsächlich hat Merkel das jetzt bekräftigt. Merkel hat gesagt, nein, wir wollen einen Waffenstopp. Das ist spannend, ist ja toll, wenn man das System mal herausfordert und das muss so antworten, denn alles andere wäre natürlich peinlich geworden, deswegen mache ich ja solche Dinge. Mit anderen Worten, wir angeblich wollen jetzt doch weiterhin auf einem Stopp der Waffenexporte an die Saudis bestehen. Ich bin mal gespannt auf die Dauer, wie sehr sich unsere französischen und britischen Freunde von uns tatsächlich bremsen lassen. Das werden wir weiter beobachten, weil es so nett ist. Die USA wollen ganz offensichtlich die europäische Firma Airbus klein halten. Im Konkurrenzkampf mit dem US-Giganten Boeing gibt es jetzt die Möglichkeit für Washington Strafzölle gegen Airbus zu verhängen. Rein juristisch natürlich. Inwieweit das rechtlich überhaupt korrekt ist, weiß ich nicht genau. Es wird neuen Krach mit Europa geben, keine Frage. Und ich kann nur sagen, zusammensitzen, das aushandeln und dann einfach machen, und zwar in Ruhe, ohne Medieneinschaltung, ist vielleicht der klügere Weg. Jedenfalls gibt es Bundeswehr-Dokumente bei Airbus. Das ist ein Riesensumpf in Deutschland, sowieso bei Staatsaufträgen, doch nicht nur in diesem einen Fall. Die Korruption ist gewaltig. Und wenn jemand keine Zugänge hat, so heißt das, wenn man nicht an die geheimen Unterlagen oder vertraulichen Unterlagen beim Geschäftspartner kommt, dann kann man nicht befördert werden in Firmen. So ist das übrigens weltweit. Das ist nicht nur in Deutschland so. Das Headhunter, also Leute, die für Top-Positionen Kandidaten suchen, auch Lügner suchen, zum Teil ganz offen. Und darüber habe ich ja schon in früheren Jahren berichtet. Und ein solcher Sumpf ist eben nur auszutrocknen, wenn man das korrupte und groteske System ändert, nachdem wir arbeiten. Erst dann gibt es eben an allen Fronten Entlastung und wir dürfen wieder anständig werden. Altersarmut ist inzwischen messbar geworden. 1,65 Millionen Menschen nutzen täglich die sogenannten Tafeln in Deutschland und essen kostenlos. Das ist eine Zunahme von 10 Prozent in einem Jahr in Deutschland. Und bei den Senioren gibt es eine Zunahme von 20 Prozent. Und das ist gleichzeitig ein Armutszeugnis für die deutsche Rentenpolitik. Ich hatte beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Immerhin tagt das Gremium jetzt zum ersten Mal. Wow, nach fünf, sechs Wochen eine Riesenleistung. Die Impfpflicht macht die Menschen schlicht kaputt. Man soll im Internet recherchieren und sich vernetzen. Es gibt da Gegenmittel und ich kann nur sagen, mit der durchgeknallten Mafia-Politik, Pharma-Mafia-Politik in Deutschland, die ja auch einen Kumpel in einem deutschen Ministerium hat, da gibt es keine Kompromisse. Da soll man sich schützen vor solcher Politik. Bei den Klima-Demos in Berlin und so weiter, das ist auch ein interessantes Thema. Da kann man nur sagen, Showtime, das ist eine Riesenshow, das ist Umweltpolitik als Show. Da wird jetzt der Benzinpreis steigen und die Pendlerpauschale steigt ebenfalls. Und Frau Merkel entschuldigt sich von vornherein, dass ihre Klimapolitik unzulänglich sei. Ja, super. Und im Wesentlichen geht es darum, dass ja Menschen, die da für so eine Klimapolitik auf die Straße gehen, vor sich selber mal sagen können, ich bin ja ein ganz toller, ich bin ja ein gut Mensch, guck mal, mit meinen Nachbarn und die ganzen Schulklassen und so. Super, wie das geht. Und tatsächlich, die wichtigen Fragen der Umweltpolitik werden ja gar nicht gestreift. Im Gegenteil, die Aufmerksamkeit wird von diesen wichtigen Themen weggezogen und in so ein falsches Thema gelenkt. Auch sowas nennt man Kartell- und Mafia-Politik auch im Umweltbereich. Die Politik ist ja nicht alleine verlogen. Auch Rezo und andere reden natürlich Unsinn, wenn er behauptet, kein einziger Wissenschaftler stelle die heute gültige Klima-Theorie in Frage. Und nun, da haben wir ein ganzes Institut in Deutschland, EIKE. Und jetzt wird es sehr interessant, Wikipedia als Propaganda-Arm des Systems versucht gleich beide nebeneinander schlecht zu machen, die AfD und EIKE. Und bei EIKE sind eben doch einige Wissenschaftler. Und dann heißt es ja, die seien ja zum Teil in Pension oder schon verstorben. Nun, Verstorbene und verrentete Wissenschaftler sind ja keine schlechten Wissenschaftler, nicht wahr? Und soweit sie Rentenempfänger sind, sind sie endlich befreit von der Vormundschaft durch gekaufte Universitäten, nicht wahr? Und dass man Probleme hat, als anständiger Professor in Deutschland einen Verlag zu finden für anständige wissenschaftliche Arbeit, die möglicherweise nicht so ganz kartellfreundlich ausfällt, darüber hat ja schon die AZK-Konferenz interessante Statements und Vorträge veröffentlicht. Jedenfalls wird Greta Thunberg missbraucht, die Schulklassen werden missbraucht. Wenn mein kleiner Sohn in die Schulklasse kommt am Freitag und da sind nur drei andere Hanseln und alle anderen behaupten, bei der Demo zu sein, dann finde ich das gar nicht komisch, wenn das einfach in diesem System so geht. Also genehme Demonstrationen, da darf man. Und bei nicht genehmen gibt es Sanktionen oder wie? Unsere Demokratie ist in einem traurigen Zustand. Eine echte Naturschutzpolitik ist eben dringend notwendig. Es gibt neue Belastungen, habe ich Informationen gelesen, in der Plastikbekleidung zum Beispiel, die wir ja immer mehr tragen. Und Rückstände von solchen Plastikmaterialien werden im Urin gefunden. Und je jünger die geprüften Kinder sind, desto höher die Belastung. Auch das ist etwas, wogegen man angehen müsste. Und da gibt es einen interessanten Link dazu. Den gibt es dann nachher auf meiner Website. Beim Brexit steht der britische Premier Boris Johnson mit dem Rücken zur Wand. Dein Gespräch vom Anfang der Woche mit Juncker, dem EU-Kommissionspräsidenten, brachte nichts. Als eine Pressekonferenz mit seinem luxemburgischen Kollegen Bettel, die hat er schnell fallen lassen. Da stand der Mann da alleine. Der hat übrigens ein Hitlerbärtchen, der Kerl. Das finde ich relativ mutig. Der oberste Gerichtshof in London hat seine Entscheidung vertagt zum Thema, ob die Prorogation, die Vertagung, die zwangsweise in Ferienverschickung des Londoner Parlaments, ob das eigentlich rechtens sei. Das Datum der Entscheidung ist jetzt ungewiss. Eventuell müsste dann Johnson seine Entscheidung dazu aufheben. Nicht zu fassen. London hat nun Arbeitspapiere vorgelegt, also die Johnson-Regierung in Brüssel, wie man sich vielleicht doch noch einigen könnte. Die sind aber, solange nicht förmlich drüber verhandelt wird, unverbindlich. Und die Papiere selbst sind nicht sonderlich erschöpfend. Sie betreffen hauptsächlich die Nordirland-Frage, aber da nur einen kleineren Teil des Handels mit Nordirland. Also London weiß wohl, warum er im Grunde genommen so handelt, wie er handelt, nämlich unzulängliche Papiere vorlegen und alle beschuldigen, Großbritannien zu schaden. Aber ein größerer Schädiger ist vermutlich die britische Regierung selbst. Der Parlamentssprecher, der noch Parlamentssprecher Burkow, hat erneut bekräftigt, ohne eine Entscheidung des Parlaments geht nichts in Sachen Brexit. Das geht nicht über das Parlament hinweg. Gut, dass er das sagt. Aber natürlich kann man eben sagen, das Verfahren, ich wiederhole das gerne, weil es so entscheidend wichtig ist, das Verfahren bringt das Staatsgefüge in Großbritannien durcheinander und das soll es auch. Genauso wie Johnson das anrichtet. Deshalb durfte er Premier werden, nicht wahr? Die wollen das Chaos. Die wollen vorführen, dass Nationalstaaten nicht vernünftig regierbar sind. Das wollen sie überall vorführen, sogar in Deutschland. Und mit diesem System hoffen sie dann, dass sie ihre New World Order durchbekommen und die Nationalstaaten entmachten. Der Whistleblower Edward Snowden hat einen Asylantrag an Frankreich gerichtet. Die Justizministerin hat Ja gesagt, Außenminister Nein gesagt. Vermutlich wird es bei Nein bleiben. Ich verstehe nicht, warum Snowden ernsthaft glaubt, im vom Kartelldiener Macron regierten Frankreich könne er sicherer sein als in Russland. Ich würde an seiner Stelle ganz ruhig in Moskau sitzen bleiben und mich keinen Millimeter da weg rühren. Ich gehe doch nicht in ein NATO-Land, wenn ich vor den USA sicher sein möchte, außer vielleicht die Türkei. Das ist schon vollkommen absurd. Alle Länder brauchen scharfe Gesetze für Whistleblower, sonst geht unseren korrupten Staaten gar nichts mehr. Und deswegen hat die neue Mitte hier auch klare Kante gezeigt. Wir gucken wieder mit Trauer ins Konzentrationslager Gaza. Diesmal gestern 74 Verletzte, 48 mit scharfer Munition, zwei Sanitäter, die natürlich wie immer deutlich gekennzeichnet wurden. Und zwar im Abstand von 200 Metern vom Zaun, nicht wahr? Das ist die Lage. Wahlsieger in Israel bei der Gelegenheit ist Oppositionsführer General Benny Gantz mit seinem blau-weißen Bündnis. Die haben 33 Sitze. Netanyahu aus Likud 32 Sitze. Netanyahu natürlich, weil er Angst hat vor seinem Korruptionsprozess in drei Anklagen. Und er möchte ja gerne ein Gesetz durchbringen, dass man ihn überhaupt anklagen könnte. Das kann er aber nur, wenn er in der Regierung sitzt. Also möchte er dringend in die Regierung, praktisch um jeden Preis. Das aber, das ist das Problem, will das blau-weiße Bündnis nicht. Weil Benny Gantz, der das vielleicht machen würde, sich verpflichtet hat mit seinen blau-weißen Partnern, dass eine Koalition nur geht ohne Netanyahu. Eine Regierung geht nur ohne Netanyahu. Das ist schon spannend. Daran muss er sich jetzt halten. Und dann wurde Trump sehr piekig gefragt, ob er eigentlich schon mal mit Netanyahu seit der Wahl telefoniert hat. Und dann hat er ganz trocken gesagt, wir sind mit Israel verbündet. Nicht mit Netanyahu. Und er hat mit dem Mann nicht telefoniert. Und das wurde als Affront gewertet. Das ist natürlich auch Quatsch, ja, vollkommen korrekt zu sagen, ich habe mit dem nicht telefoniert und wir sind mit Israel verbündet. Das macht man nicht in so einer Situation, mit so einer Regierung telefonieren. Da lässt man erstmal gerade den befreundeten Staat auch in Ruhe, bis die sich da sortiert haben. In Hongkong geht es am Wochenende wieder um die Frage, wird die paramilitärische Polizei eingesetzt? Allerdings ist chinesischer Nationalfeiertag sieben Tage lang und die wird deswegen vermutlich nicht eingesetzt, um nicht irgendwelche miesen Bilder den Nationalfeiertag stören zu lassen. Aber da wird vermutlich wieder Unruhe kommen. Und der Westen missbraucht eben diese berechtigten Anliegen der Hongkonger. Gestern hat die South China Morning Post ein interessantes Video über die US-Verstrickung eines weiteren Studenten oder Jugendführers, in der Hongkonger Demonstrantenszene, nämlich Brian Leung, veröffentlicht. Und der studiert in den USA. Also die Anbindung an China-Gegner ist so eng und so eindeutig, dass es bedauerlich, dass wir im Westen nicht klüger umgehen mit den Hongkongern. Und das raubt uns politische Kraft, schadet letztlich unserer Sicherheit, wenn wir so dumm fremde Oppositionelle für unsere kurzfristigen Konfliktziele vereinnahmen wollen. Davon kann ich nur dringend abraten. Kartellmedien machen antichinesische Propaganda, auch die Süddeutsche Zeitung gestern auf der Seite 1. Und Deutschland sollte Washingtons Kartellkorruption und international aggressive Politik nicht mitmachen, werden wir schlecht beraten. In der Türkei heißt es nach wie vor Krach mit Amerika und Russland, aber eindeutig ist seit der Ankara-Konferenz am Montag, dass offenbar die PKK, das Terrorproblem der YPG, für Erdogan viel schlimmer ist als das, was in Idlib passiert. Und also hat er erneut Warnungen an die USA gesandt. Und er hat angeboten, zwei bis drei Millionen Flüchtlinge aus Europa dort im Nordosten Syriens in der dann von der Türkei einzurichtenden Schutzzone anzusiedeln und hofft, dass er auf diese Weise Unterstützung aus Europa bekäme. Das funktioniert alles so überhaupt nicht, abgesehen davon, dass es selbstverständlich alles illegal ist. Die Türkei kann nicht einfach irgendwelche Länder besetzen und dann nach ihrem Gutdünken Flüchtlinge ansiedeln. So geht das nun mal nicht. Und unterdessen läuft der türkische Nachschub in die syrische Provinz Idlib. Das ist dann im Nordwesten Syriens weiter. Und die Basis Nummer 9, die Ersatzbasis Nummer 9 für die umzingelte Basis Morek, diese Basis ist inzwischen stärker ausgebaut worden durch die türkischen Kräfte. Da gibt es auch wenig Einsicht seitens der Türkei. Und der YPG-Verbündete, also PKK, eine Truppe, HRE, so heißt er, in der von den Türken besetzten syrischen Provinz Afrin, begeht dort Terroranschläge. Und ich gehe mal davon aus, mit CIA-Unterstützung gegen den türkischen Verbündeten. Das ist schon faszinierend. Erdogan droht natürlich weiter mit Einmarsch, hat Sanitätskräfte an die syrische Grenze verlegt im Nordosten Syriens. Und das nächste Gipfeltreffen im Astana-Format ist schon fix, wird in Teheran stattfinden. Da wird also Erdogan nach Teheran reisen. Das ist ein Affront gegen Washington. Hochinteressant, wie dieses weitergeht. Aber Kriegstreiben ist eben einfach ein Klavier, nicht wahr? Und die Kartell- und Logenmafia betreibt das so. Auf allen Tasten wird herumgedrückt. In Syrien, so warnt die Türkei, führen die weiteren Handlungen Syriens, Idlib zurückzugewinnen zu weiteren Flüchtlingen, die man nicht akzeptieren möchte. Der Sicherheitsrat hat allerdings nach einem Veto von Russland und China, interessant, selten gibt sich China für ein Veto her, macht es aber in diesem Fall. Da passiert gar nichts. Russland, Nordkorea gab es einen schweren Grenzzwischenfall. Da wurden vier russische Grenzwächter tatsächlich gestoppt. Auf dem Wasser durch nordkoreanische Fischerboote ist das passiert. Eins davon hat plötzlich das Feuer auf die Russen eröffnet. Unglaublich. Und die russische Küstenwacht hat 80 Personen festgenommen. Die Amerikaner verhängen gegen Venezuelas Ernährungshilfeprogramm für die eigene Bevölkerung Sanktionen gegen die internationalen Kaufleute, die Venezuela helfen, seine Bevölkerung zu ernähren. Das ist eine Sauerei. 60 Prozent der venezuelanischen Haushalte sind betroffen. Also die Mehrheit der Bevölkerung, das ist auch irre eigentlich. Und das sind sechs Millionen Haushalte. Und das ist nicht das erste Mal, dass die USA das machen. Natürlich Unterbruch des Völkerrechts auch. Keine Frage. Die gute Nachricht wie immer zum Schluss. Ab heute wird die neue Mitte endlich eine komplette Führungsspitze haben. Wir wählen im Anschluss auf dem Bundesparteitag Generalsekretär und Schatzmeister. Und am Montag sieht man das Ganze dann im Internet. Das war es von meiner Seite für dieses heutige Wochenende. Ihnen ein gutes Wochenende. Alles Gute, wo immer Sie sind.